Bleibt am Leben, ihr Spinner. Na, Gaskonade. Hab mal schnell zwei weggemacht. Na gut, wir haben halt da nicht eingenommen. Wir mussten halt da mal so. Wir haben nur aufm Sack gekriegt. Das war eine Scheiße, dieses Walter Argonnen. Nö, die Karre an sich ist gar nicht schlecht als, als Dings. Aber das Team ist das zu kotzen. Und dann hier, wie gesagt, wir sind Reitschuldrehung spielen. Ja. Na, wir gucken, wie wir uns jetzt hier in der Stadt schlagen. Jetzt sind wir drei im Jahr, also wenn jetzt alle, weiß ich nicht. Nee, nicht mehr. 15 gegen 13, nur noch zwei mehr. Nö, nur noch zwei mehr. Und der letzte, der letzte bei uns hat eine Ping von 165. Nun, manche bescheiden mit sowas. Ja, stimmt. Redping-Player, die sogenannten. So, haben wir uns mal C. Gucken, wo die Punkte liegen hier. Schau, weil das sind nicht wieder alles Snipern. Hier unten ist C. Hier unten ist C. Hier unten ist C. Oh, ehrlich ist jetzt so. Jawoll, ich hab den Dingsort. Sehr geil. Ein Sanitäter von der Gegenseite. Juhu. Aus dem Haus oben. Hartner. Sehr schön. Unten, unten unter der Brücke. Zwei. Hartner. Einer. Sehr gut davon. Scheiße, Abteilerei war die Tiere. Wir haben C. Gut, C, auch mal. Wir haben C. Gut, C, auch mal. Arzellerie-Wagen. Von ganz weit hin. Ich hab wieder da. Ich hab wieder da. Ich muss einfach doch festen rum, wir müssen einfach hier mal. Kannst machen, was du willst. Die mit ihrem A-Signal. Was, drei Punkte jetzt? Ach, ne Quatsch, ich hab mich verdäunen. Jetzt müssen wir dahinter latschen. Schön am Laufen jetzt eigentlich, ne? Der B ist ja auch schon wieder stark. Aber die werden uns von hinten angreifen jetzt, ja. Hm, das ist Pech. Oh, das Team scheint sich ein wenig am Ruhig mitzureißen, wie ich so. Ja, denke ich auch. Ja, das war schon wieder mit am Riebene Eis. Ja. Ja, und dann vielleicht mal cool. Unser ganzes Team ist ja noch ganz schön. Das dauert immer ein Stück, bis alle aufreißen. Auf jeden Fall eine schöne Gasgranate platziert dort. Ja, da geht man aber, oh. Ja. Hm. Na, da werfen wir eine zurück. Ach, der war schon da ran. Verdammt. Du seid denn die alle? Ja, werfen bleiben im Leben. Ich spawne bei dir, dann nehmen wir die Scheißen mal ein hier. Steh in Deckung. Seid ihr da? Ja. Am Stüssel. Das ist ganz knapp mit B und also mit Rot und Bleu. Scheiss Arti-Wolken wieder. Mach das Ding mal einmal kaputt. Keine Seid durch den Arti-Wolken wieder. Bleibt am Leben, ihr Spinner. Na, Gas-Kanade. Hab mal schnell zwei weggemacht. Komm, die Narsch mal weg hier. Boom, hoffe ich doch. Hast du den Arsch gerettet, Robert? Ja. Kannst du nur über dich drüber stolpern sehen. Ja. Sah cool aus. Scheiße, hinter uns, hinter uns. Ach, Artillerie war ich schon wieder. Nee, hier ist einfach noch reingehaut. Wir haben gebetriebt hier. Ach so. Sollen die DB zurück? Sollen das? Ja, mal Sturmsoldat, das ist ja, weil hier keiner mehr ist von uns. Wo jetzt ein Unsitzer rausgebeamt, ey, ist ja Quatsch. Hm. Ach, verdammt. David würde jetzt schon wieder sagen, das kann nicht wahr sein. Scheiße. Das Team reißt sich gar nicht so am Riemen jetzt. C hatten wir halt schnell, ihr habt nur Glück. Na ja, wir hatten ja B schnell, aber irgendwie haben sie dann wieder vertriebt. Die müssen immer noch mehr, ey, ich weiß nicht, was das ist. Diese Blödheit gehört, ey, gestört. Ach, ist diese scheiß Hellriegel, die kann nicht mehr auf Distanz schießen. Der Artilleriewagen, ne? Der da so reinknallt. Der da ist doch immer mehr. Da ist doch immer mehr. Das gehört der Artilleriewagen, der ist immer mehr außerhalb vom Kampfgebiet, ne? Ist euch das aufgefallen? und dann schießt doch einfach mal treiben ist ein sturm soll dort in der bahn so blick sind ich komme da ja nicht hin wieso wenn es ist muss ich sehe ja nicht ich sehe ja nicht das ist ja das steht ja außerhalb im kampfgebiet die kommen von hier drüben die kommt von rechts so komm mal schnell c einnehmen erobert einsatzziel zähler ich muss mich gleich mal bei dir rausjungen Ich stehe eine Granate! Ich stehe eine Granate! Oh Gott! Verdammt! Der Artilleriewagen ist schon wieder! Hinten wir uns! 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 Ich liege am Boden! Ich konnte mich nicht so schnell drehen! Hast du Pech! Verdammt! Hinten! Hinten! Maxi, wo bist du? Weg, ey so! Hey, Maxi steht noch! Oh, ich bin ruhig! Oh, ich bin ruhig! Oh Gott, deswegen! Schau's da aus! Hab das Schwein! Wir hatten die C vor allem schon fast! Ja, was ist denn das? Naja, selbe blöd! Alle verreckt eh auf einmal! Seid ihr bitte da? Ich stehe nicht da und wundere mich! So! Okay, ich beides die Tür im Auge! Na, kommt! Kommt hier rein, ihr Schweine! Da! Da! Rechts! Rechte Flanke! Wir haben gesprengt! Sehr gut! Aber es war zu spät! War zu spät! Es war zu spät! Wir haben aber C geholt! Aber wir haben's! Wir haben's! Wir haben's! Wir haben's! Wir haben's! Wir haben's! Bam! Wir haben's! Wir haben's! Wir haben's! Scheiß Ding bei der Feige spiel auch von hinten nein wieso denn schon wieder von hinten Mist ach diese polnischen Hafenhuhn auch schon mal wieder blieb das Fächer wieder verloren aber gleich bei C bleiben eigentlich wenn wir da bei C reißkommet denn ich bin doch irgendwo reißkomme ich mach gleich mal wieder zu C sonst der Arsch auf die fucking Welt ey wir werden zurückgebreitet so ich bin bei der C Jungs lass mich bleiben bei dir alles sehr praktisch mhm oh geil drei Stück mit einer Granate ja das ist gut weil gleich von 07 mal gucken ja so hältst du die Türen? aber du bist nur noch zu Scheiß Weaver wie soll denn das gehen bitte ich hab eine Weaver ich hab dann ganz schön getroffen 80% weg und der hat uns beide mit einem Schuss und der hat uns beide mit einem Schuss? mit einem Treffer jeweils mit einem Schuss mit einem Schuss wir müssen jetzt mal hier aus C rausknallen mit einem Schuss ja klasse wenn du Orti machst von deinem blöden Dinger ja stimmt Orti ist Orti sehr schön sehr schön sehr schön da sind sie tot da oben in ihrem Schallseite da spielen wir erst 10 Minuten ganz schön krass ja ne ich treff den einen mit der Panzerbüchse im Kopf der verliert nur 65 recht auf der Straße vielleicht haben wir nicht mehr am Kopf gehabt ärgerlich es kommt hier her eh zwei Seiten hier und doch wie denn was durchs Haus durch bei der See hilft auch wieder kein Schwein ich kapier das nicht ich war doch da die stehen wieder irgendwo ach verdammt klasse das war logisch das war so logisch du rennst den unteren Pfeifenwichser hier rum das gibt's gar nicht da wollte ich das Team eigentlich nicht schon loben dass sie sich gebessert haben im alten Rohrhandlieb ja kann mich mal jemand behandeln kann mich mal jemand zusammenflecken das wird jetzt da schwierig dass das nicht wieder zocken ja wir können jetzt nur noch mal einfach sagen wir haben ja immer noch mehr Leute als die ich kapier's nicht ich kapier's nicht ich kapier's nicht ich schon da zeigen wir mehr und kriegen's nicht die Artilleriewagen das ne äh ne komm wir machen jetzt mal los Robert komm's halt da rein und 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 ja ganz schön schaden gemacht ja ui wo steht denn der Maxi sag's mal wir suchen den Etzer und wenn ich bis zu dem zurück renn ja ok der muss jetzt weg der muss jetzt weg lauf ich hier auch mal eh morgen ne Haftminen da kann man den eigentlich nicht reporten oder ist das faires spielen Maxi vor dir die sind ja überall ey der der verteidigt den Artilleriebogen ich hab ihn beschädigt zumindest ach hier ist er nur der Artilleriebogen oder was klar hier hinten fährt er doch rund ich hab ihn nicht aber eh du musst das gespielt ja hier ist er jetzt kannst du ja nicht mal irgendwo rauslassen denn hier war die scheiße nicht weg also ich habe mit 118 beschädigt alles geschaltet Fahrzeug ja mal zerstört das nur noch zerstören naja was da aber hört sich jetzt scheiße ja den finden wir wieder den machen wir kaputt Nazi wenn die eh haben wir das dann auch bloß die Auto-Modden ja ist mir jetzt scheiße gewalt das Team kann mal was machen und Norden jetzt wie kommt jetzt leider nur mich acht erholt wieder mal ist wieder auch acht Prinzessin sind die Kinder und verbreitungen und packen das Ding so billig noch Er setzt sich, ich komme da nicht drüber weg. Da setzt sich die kleine Prinzessin mit einer Schruttlin in irgendeiner Hausecke, die nichts zu tun hat, versteckt sich dort und wartet. Das soll schon was sagen, die Hälfte aus unserem Team spielen auch immer. Ja, stimmt. Du musst nur auf die Karte gucken, wenn du dort bist. Lieber nicht. Die Finanzen des Feindes wurden an unsere Artillerie übermittelt. Wo ist denn der Herr Artilleriewagen eigentlich? Ich habe ihn. Maxi, kommst du zu mir? Ich bin gerade, ich habe gerade selber Artilleriewagen hier. Ich habe ihn. Der Feind hat einen Sprengsatz an Einsatzziel Bertha platziert. Wenigstens das hat noch geklappt. Scheiße, wenn sie überrennen, ist ja auch witzig. Ich sehe, dass man auch ein T-Vorlierer macht. Ja, ne? Dass die Tornhörigen aufpassen können, ist das kapierend einer. Ach, durch die... Fingon zwar kommen müssen das und so was wichtig traurig er ist für mich ist eine Genugtuung diesen Arturier auszuschalten zu einem Hauptkreuz wohl ich werde noch melden übrigens wird definitiv reporten das auch gleich machen ganze Embleme melden aber scheiße ich wusste erst nach dem weiterer Grund das mit dem Team nicht noch mal spielen will dann haben sie schnell C geholt haben wir gedacht okay wir machen noch mal und dann wieder nichts